Willkommen liebe Eishockey-Freunde aus Nashville zu einer weiteren Folge der NHL 25 Be a Pro Karriere. Weiter geht es mit dem Utah Hockey Club gegen Nashville, gegen die Prats und es geht weiterhin darum, endlich mal unsere Leistung zu verbessern. Wenn ihr hier auf die Tabelle schaut in unserer Division, sind wir aktuell nicht unter den Topplätzen. Wir müssen uns also weiter ein Zeug legen und jetzt wichtige Siege einfangen. Es gibt Strafen auf beiden Seiten, somit ein 4 gegen 4, ordentlich Platz auf dem Eis. Los geht es jetzt aus der Defensivsituation, zieht der Utah Hockey Club also hier eine Offensivszene raus. Rübergelegt auf Kool-Aid, der könnte jetzt abschließen, kommt aber nicht richtig dazu. Und jetzt geht es weiter mit Powerplay Utah. Also über Zahl los geht es. Eda erstmal die Kniescheibe vom ersten Verteidiger zerschmettert. Ja, beim letzten Mal, da hatten wir dieses unglückliche Lappentor. Also das war das erste Tor unserer NHL-Geschichte. Jetzt können wir vielleicht mal nachlegen. Hier 2 gegen 2 wieder rübergelegt auf Kerfot. Wir springen einige Minuten weiter hier im ersten Drittel. Es steht mittlerweile 1 zu 1 ohne Torschüsse. Torschüsse, wenn ich das richtig deute, was ist denn hier vorgefallen? Oder irgendwie buggt die Anzeige, glaube ich nur. Naja, weiter geht es. Jetzt sind die Prats mal im Angriff. Haben wir aber gut unterbinden können. Das wird definitiv ein enges Spiel sein. Schön rübergelegt auf Gunther. Ja, der kommt auch nicht so richtig zum Schuss. Oh, was ist das denn für ein Alleingang? Und der ist drin. Nashville geht in Führung. Starke Einzelaktionen hier. Von ihm muss man ihm lassen. Er absolut verdient hier. Schaut nochmal drauf. Einer gegen alle gegen 2 Verteidiger hier durchgegangen. Und am Ende durch die Beine vom Verteidiger am Ingram an unserem Goalie vorbei. Schön gemacht. Jetzt mal 3 gegen 2. Wir können hier die Pace mit Erdbeer ausspielen. Jetzt rüberlegen. Wohin lege ich den denn? Keine Ahnung. Nochmal hinten rum mit Gunther zusammen. Mit den Verteidigern. Jetzt nochmal auf Gunther raus. Das ist ein schönes Passspiel, aber ist es erfolgreich? Nein, aktuell nicht. Wir sind mittlerweile im zweiten Drittel wieder auf dem Eis. Müssen hier aufpassen, dass da hinten jetzt nichts anbrennt. Oh, schöner Angriff schon wieder von Nashville. Ein, zwei Schüsse, die da drauf gehen. Gefährliche Aktion. Jetzt auf uns in die Spitze. Wir legen nochmal zurück. Doppelpass mit Gunther hin und her. Kurze Ecke mit viel Kraft, aber auch nicht wieder besonders gefährlich. Ausgleich von Utah und Powerplay gibt es noch dazu. Sehr, sehr gut. Das ist jetzt unsere Phase, um das Eis zu betreten. Um ein bisschen Action zu machen. Ja, oder erstmal ins Abseits zu geraten. Oh, bleib bitte auf den Beinen. Hol dir keinen Checkup, der irgendwie jetzt wehtut. Hinten rein in die gefährliche Zone. Nein. Da muss jetzt nochmal was kommen. Wir müssten jeden Moment aufs Eis gesetzt werden. Oh, eventuell ein Kampf, wo es dazu kommt. Auf jeden Fall mal zu einem Verletzten. Und das ist Gunther und das hilft uns überhaupt nicht. Ja, wirklich enge Partie. 15 Minuten noch im dritten Drittel. Harter Schuss in die Fanghand. Ja, und es steht weiterhin 2 zu 2. Es kommt jetzt also auf jeden an hier im Team. Auch auf uns in der zweiten Sturmreihe. Das weiß der Coach. Der gibt uns nochmal eine Ansage dazu. Ja, wir sind gleich auf. Wir versprechen ihm das nächste Tor. Jutta muss und will hier unbedingt gewinnen. Also, los geht's. Voll Action. Oh, was ein Schuss. Und wir werfen uns irgendwie da rein. Ich glaube aber, dass wir ganz wenig oder überhaupt nicht dran waren. Naja, jetzt ist mal Kontersituation hier. Für Jutta. Kool-Aid verkackt das. Und was macht die Nummer 50 da? Was war das denn? Schöner Pass auf uns jetzt in die Spitze. Da sind ziemlich viele Gegenspieler. Wir kommen aber gut durch. Und jetzt rüberlegen. Mann, der muss doch drin sein. Warum ist er das nicht? Aber so knapp. Und den Pfosten habe ich da auch noch rausgehört. Boah, jetzt ist die Phase hier auf jeden Fall intensiv. Ja, dann bin ich mir die Pace für, oder? Ne. So 46 Sekunden noch. Dann sind wir zumindest in Overtime. Und beide Teams hätten einen Punkt sicher. Aber Jutta ist voll im Angriff. Schön rübergelegt jetzt hier an die Bande. Wir machen ein Pokecheck-Doppelpass. Hinterm Tor lang. Bringen uns jetzt in Position hier. Wir wollen da irgendwie durchkommen. Ich glaube, jetzt haben wir uns eine Strafe abgeholt, ne? Cross-Checking. Alter, nö. Ja, ich meine, wir husteln da rein. Und wir wollen da Action machen, ja. Okay, und hauen da auch die Hand drauf. Jetzt also 3 gegen 4 für noch eineinhalb Minuten in Overtime. Auch das ist natürlich alles andere als angenehm. Danach dürften wir aber eventuell sogar noch ein bisschen Overtime-Minuten schnuppern. Weil normalerweise müssten wir dann ja raufkommen. 4 gegen 4, bis das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird. Aber das könnte auch so ein richtig geiler Konter werden. Weil niemand rechnet mit uns. Und die gewinnen das Ding jetzt. Wir kommen raus. Wir spielen uns bitte an. Ja, schade. Vom Laufweg nicht perfekt. Jetzt 2 gegen 2 hinten. Oh mein Gott, Alter. Aber jetzt ist 4 gegen 4, genau wie ich es eben angesprochen hatte. Es gibt manchmal so Momente, da kommt man von der Bank. Und ist dann natürlich viel weiter vorne als die Defensivspieler. Das ist ganz cool. Ja, und das hatte Kulay gerade auch fast. Naja, fast eben nur. Aber schade, der Pass war schlecht. Jetzt haben wir 4 gegen 4 in Overtime. Eben aus den Gründen, dass es eine Strafe gab. Walimaki, Schuss. Und jetzt muss einer runter. Nein, was macht der Goalie denn da? Oh mein Gott. Ah nein, wir dürfen sogar draufbleiben bei 3 gegen 3. Ja, wahrscheinlich, weil Gunther ja verletzt ist. Somit sind wir die Topspieler. So, wir müssen jetzt hinten aufpassen natürlich. Das könnte jederzeit gefährlich werden. Ich versuche, den Rückraum ein bisschen mit abzudecken. Oh mein Gott, da rutschen wir vorbei. Ja, nächster Schuss. Oh, der geht ganz knapp vorbei. Kulay jetzt eingequett. Spielen bitte nach vorne. Sonst haben wir gleich ein echt großes Problem, wenn Shen jetzt zum Abschluss kommt. Da passiert nichts mehr. Es geht ins Shootout. Direkt im ersten Game hier in dieser Folge. Und da sieht man nochmal, wie die Scheibe ganz, ganz knapp vorbei holpert. Hier am Tor. Ach, und Nashville trifft im ersten Versuch. Das macht es jetzt natürlich unglaublich schwierig. Wir konnten nicht kontern. Und somit ist das jetzt eventuell schon der letzte Anlauf. Nein, wir bleiben drin. Und ich glaube, wir kriegen jetzt die nächste Chance. Nee, Kulay ist es. Ja, bitte mach ihn. Sonst ist Utah schon raus hier. Und genau das ist leider der Fall. Ja, eine wirklich aufregende Folge bis hierhin. Gleich im ersten Spiel. Wir simulieren weiter 2 zu 0 die Carolina Hurricanes. 4 zu 1. Und am Ende gewinnen die 6 zu 3. Obwohl wir nochmal mit zwei Powerplay-Toren relativ gut anschließen konnten. Und so steht also das nächste Gespräch mit unserem Headcoach an. Und es wird wahrscheinlich kein gutes. Wobei, dein erstes Spiel gegen unseren Rivalen gegen Vegas. Stell dich auf ein schwieriges Spiel ein. Naja, wir kochen, äh, nee, die kochen auch nur mit Wasser. Es wird ein Kinderspiel. Naja, dann. Im nächsten Spiel zwei Punkte holen, Eder. Dann hau mal raus. Gegen Vegas, gegen die Golden Knights. Aufregend wird's. Ob wir zwei Punkte abliefern, weiß ich nicht. Dann haben wir auf jeden Fall Beef, wenn wir es nicht schaffen. Also wir stehen unter Druck. Kommt schon, es muss doch wirklich mal möglich sein. Was ist das denn hier für eine Animation? Finde ich cool. Sieht neu aus irgendwie. Die beiden Teams werden so ein bisschen vorgestellt. Zwei Siste und drei Blocks im letzten Spiel. Also wer so die krassesten Leute waren. Und wir haben hier dieses Rivalenspiel gegen die Vegas Golden Knights. Es kann losgehen. Beide Teams nicht besonders gut reingestartet. Jutta jetzt aber mit dem Heimvorteil. Und wir springen direkt in unseren ersten Einsatz. Heute also auf dem linken Flügel. In Sturmreihe 2 weiterhin. So, können wir da was machen? Hennifin, nee, der ist direkt mal ganz sauber unterwegs. Jetzt aber hinten mitgeholfen. Lass uns bitte durch hier. Und auf den linken Flügel rein. Ja, schön rübergelegt. Coole jetzt. Nee, kleiner Intercept. Aber wir jetzt legen ihn nochmal rüber. Nochmal zu uns. Und dann können wir hier fast per One-Timer abschließen. Ja, egal. Weiter Druck machen. Hier ist Jutta jetzt am Start. Aber gefährlicher Konter jetzt von Vegas. Wir müssen hinten auch mal mithelfen. Eventuell nochmal irgendwie reinhechten. Was bremsen. Zum Glück ist Ingram am Start und es geht direkt in die andere Richtung. Verteidigerpaar wurde gerade, glaube ich, ausgetauscht. Was ist das denn für ein harter Check auf unseren Rücken? Immerhin geht Jutta mit 1 zu 0 in Führung. Genau das brauchen wir mit ein bisschen Rückenwind. Aber wir müssen heute zwei Punkte erziehen. Oh, den eigenen Macker angeballert. Sehr gut. Ja, zwei Punkte erziehen wird eine Herausforderung. Definitiv. Jetzt mal Center-Position. Lange Ecke. Gefährlicher Abschluss. Und das ist genau unsere Position, wo wir jetzt hin müssen. Versuchen, den da mal durchzustecken. Ich wollte selber abschließen. Boah, schön reingeschmissen von Erdbeer. Sehr gut gemacht. Oh, doppelt abgefälscht. Ingram aber zur Stelle. Und jetzt werden wir mal schön geschoben auf die linke Seite. So lobe ich mir das doch. In die Spitze auf die 91. Aber Theodore, er ist wieder am Start. Also, Rivalenspiel mit einer 1 zu 0 Führung und ein paar harten Aktionen. Und das war auch schon knapp hier. Boah, schöner Pass. Wir kommen gerade von der Band. Können jetzt hier eventuell Dohan anspielen. Der legt nochmal rüber auf uns. Und wir fahren direkt in Hennefin rein. Wie ungünstig. Ja, egal. Jetzt hinten mithelfen. Carlsen, da stehen wir im Weg. Sehr, sehr gut mit Kuley. Hier schön rauskombiniert. Und jetzt mal Konter, Erdbeer. Es könnte hier über den rechten Flügel gehen. Wir werden allerdings völlig eingezwackt von den zwei Verteidigern. Während wir auf der Bank Platz genommen haben, führt Utah mit 2 zu 0. Die Kollegen haben wieder einen Treffer erzielt. Ja, aber wir brauchen doch zwei Punkte persönlich, um unsere Ziele abzuliefern. Carlsen mit dem Schuss legt nochmal rüber. Ja, komm. Also ein Empty Nether können wir vielleicht am Ende mitnehmen. Wir wollen aber auch so nochmal treffen. Dohan und jetzt irgendwie eine Anschpielstation finden. Links, hinten. Ne, der geht daneben. Zum Ende des zweiten Drittels hat Utah sich eine Strafe geholt. Somit Powerplay-Phase für Vegas. Und der Anschlusstreffer 1 zu 2. So, jetzt bitte konzentriert weitermachen. Es könnte nämlich extrem eng werden, ob wir diese Führung überhaupt über die Zeit bringen. Hertel, Hennefin, die spielen jetzt viel außenrum. Kommen hier aber nicht wirklich zum Schuss. Ja, doch. Aber den blocken wir dann neu. Was? Welche Verletzungen haben wir uns abgeholt? Hier stand irgendwas. Die Teamerze haben dir grünes Licht gegeben. Wir haben gar nichts gemacht. Uns ist gar nichts passiert. Nein, es fallen einfach nur eine Million Tore. 4 zu 3. Ich meine im Prinzip weiterhin ein Tor Vorsprung für Utah. Aber es ist einiges passiert, als wir nicht drauf waren. So, weiter geht's. Leg ihn zurück. Jetzt auf uns. Das ist die Chance. Aber wir kriegen es wieder nicht hin. Und wieder einmal liefert Erdbeer nicht ab. Das gibt es doch nicht. Keine Chance. Überhaupt nicht mal ein Assist. Kein Tor. Schon mal gar nicht, ne? Ja, von den Punkten fallen wir aber weiter zurück. Wir sind auf Platz 6. Mit ganz wenig Ausdauer kriechen wir jetzt hier vorne rum. Warten auf Unterstützung. Wie kommt nicht? Also einfach mal den Schuss auf den Goalie. Den fängt er. Immerhin gibt es Offensiv-Bulli. Und unser Franchise, der Utah Hockey Club, gewinnt diese Partie. Also ihr seht hier jetzt nochmal die nächsten 3 Spiele eingeblendet. Mit den Ergebnissen. Und dann auch, was die Tabellensituation in der Central Division so sagt. Ja, das also zum Abschluss der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, was die nächsten Ergebnisse sind. Könnte so ein bisschen auf den Eindruck schlagen, wie es am Ende jetzt ausgeht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und schau.